Die Vokalise ist mein Lieblingsstück. Das ist so schön, da könnte ich jedes Mal weinen. Nicht, dass du noch weinst. Du, ganz ehrlich, Arbeit wartet und du siehst ja, ich muss mich noch fertig machen. Entschuldige, ich wollte wirklich nicht stören. Ist kein Problem. Wenn du magst, kannst du mich ja mal im Funkhaus besuchen. Du kannst ihr dann auch ein Stück wünschen, okay? Ich spiel, was du willst. Bis dann, ich freu mich.